was gedacht und herzlich willkommen zu diesem neuen youtube video wir haben heute matos eine resolution getestet und blur hinzugefügt bei fortnite die runden waren nicht so gut ich war irgendwie gar nicht und freund also ich war gar nicht gut am spielen ich weiß nicht wieso aber ich wollte schon mal diese resolution zeigen und das und diesen blöder effekt das kann ein leichter und abonniert den kanal und viel spaß beim video so freunde ihr seht schon wir sind in fort wir haben die stretch resolution drin die formators ich dachte ich teste mal auswahl die anscheinend die besser sein sollen oder die die am chilligsten ist weil ich habe keinen bock so übel crazy stretch zu spielen mag das nicht so ist dann wir gehen direkt die pläsen piazza und dann wollen wir dort auf weil das unsere stadt ist da nimmt uns niemand was weg wo ist ja nicht da 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 das wohnen die die letzten runde lief wir haben wieder papamäßig ok einen haben wir ich kann es kann nicht sein dass ich immer als erstes sterbe man so von der dritten runde es lag gar nicht gut weiß nicht wieso ich hasse solo zu spielen ich mag solo irgendwie gar nicht zu spielen nein hier war noch einer ja ich das scheiß fenta geht nicht durch es geht nicht das epic ist so ein scheißverein ehrlich es kommt noch irgendein anderer dohly mann boah was hä fort hat hallo oder ich war vier und fünf minuten im ladebildschirm es leben nur noch 50 leute ich habe no skin und no skin pickaxe und no skin glider jetzt habe ich alles gesehen die jetzt habe ich vor viel alles gesehen so schnell geht das boah so schnell geht das da ich spiele ja solo gegen squads das klar so ich hatte das erste wappen ich hab nichts draus gemacht so ein stück scheiße ehrlich komme ich verdient einfach alles minus zu machen was ich hier hatte man einfach ein stück scheiß im spiel so legt so man wie kann man nur so spielen man erinnert besser wie kann man so wie ein rudensohn spielen ja bruder ja ist auch noch einer ich bin doch in ruhe wieso ist meine pump wo ist meine pump wo war meine pump denn digger wann habe ich sie getroppt so Ah komm, ich schau's auf. Untertitelung des ZDF, 2020